so was sagt mir das hier noch gelobt sei die sonne ich halte es nicht aus ich halte sich aus ist immer so wenn die leute keinen bock mehr haben oder ach so du bist ja respawn so ach da kommen ja schon wieder die nächsten mücken die man auch mal wieder nicht gut trifft oh nein so wo war diese baumwurzel die war hier gar nicht oder wo war die so immer war so ein baum in dem man quasi rein konnte mit seiner plattform da will ich hin war das nicht hier in der ecke im ihnen offensichtlich nicht aber die war aufmesser sind halt auch einfach weg hier wenn man hier einmal durch musste der ort wo ich hin will da da ist das der baum ich wollte es halt sagen ich habe es schon wieder summen gehört ne das hat jetzt nicht meine vergiftung geheilt bin ich zu oft vergiftet oder was ist los ach ne lila nicht blutung das ist ja blutung ist rot ja moin und hier soll es illusorische wände geben scheinbare wand ja doppelmenschlichkeit und hier ist dann noch mal was oder wie wow die große leere was was ein neuer bereich hä so im nichts oder was what the fuck hä wtf alter so eine horrorveranstaltung hier kann ich da hinspringen eher nicht so glaube ich wie ist er denn hier gestorben ach so ja gut einfach mal runter gesprungen ich glaube man soll einfach hier lang gehen ach so deswegen ist er da hingesprungen ja aber das schafft man doch nicht oder komm gibt es überhaupt einen weg da sonst hinzukommen ja ich sag mal eher nein vielleicht geht man den weg mal normal entlang wo bin ich jetzt ach da sind meine souls versuche ich da jetzt mal hinzuspringen auch das ist doch schon schön blöd oder ja ist es ach so aber da kommt man doch von oben hin oder warte mal wenn das hier einmal im kreis quasi geht oh gott nee das reicht aber auch nicht oder nope oh lol ich bin nicht tot ja nee dann laufen wir hier mal normal den Ast runter ich will jetzt auch mal wissen wo es hingeht beziehungsweise den kann man sicher mitnehmen roter brocken und so grüne scherbe aber roter brocken ist eher was neues ist ja auch nicht gerade ungefährlich kann das sein so da liegt auch noch eine leiche grauer brocken hier ist noch was hier springe ich mal einfach runter oh gott hier sind wir diese frösche die diesen todenschädel machen oh gott oh gott Auge des Todes? What? Lockt Phantom aus anderen Welten an. Ah, okay. Brauchst du mal eine Illusion hier? Nee, eher nicht so. Komm ich daher? Nee, oder? Ich bin gerade ein bisschen nicht auf der Höhe, wo ich bin. Ach, jetzt komme ich auch hier rein. War hier nicht gerade noch eine Leiche drin? Hä? Jetzt geht es hier wieder runter zu da, wo ich schon war? Brrrr. Ich denke, ich sollte eher runtergehen, ne? Da habe ich doch auf dem Ast hier über mir liegt doch noch was. Nee. Hä? Wollte ich es da nicht gerade leuchten sehen? Da ist noch was. Das war close. Chlorantiering. Beschleunigt Ausdauererholung. Oh. Ja, den brauche ich ja momentan eigentlich nicht. Dann würde ich den mal nehmen. Jetzt habe ich eine erhöhte Ausdauererholung durch mein Schild. Ach nee, ich benutze ja mittlerweile das Gargoyle Schild, ne? Und gar nicht mehr das Graswappen Schild. Ist es nicht sinnvoller, dann das weiterhin zu nutzen? Ach. Das war doch, ähm, Ausdauerregeneration, ja. Jetzt habe ich ja Regeneration von Ausdauer, sein Urusvater. Denke ich mal. Ach ja, und hier war ich gerade drin. Und da oben lag die Leiche, ah. Äh, what? Ah ja. So, und ich will jetzt runter. Einfach nur runter, runter, runter. Hier zu den Fröschen. Und jetzt hier weiter runter. Oder? Mut zur Lücke. Ich könnte nochmal was trinken. Hier ist auch keine Hintergrundmusik, keine Geräusche, gar nichts. Keine zwitschern Vögel. Hier ist einfach die Leere. Ist das Gebiet nicht auch genau so? Würde einiges erklären. Äh, warte mal. Jetzt muss ich auf den großen Baumstamm springen. Das fühlt sich immer so riskant an. Huch. So, da unten geht es auf jeden Fall noch weiter. Ah, da liegt auch noch was. Okay, das heißt, wir gehen hier runter. Und hier runter. Blauer Brocken. Wir finden alle Farben. Da ist eine Leider. Komm ich da hin? Ah, nee. Da komm ich nicht so richtig hin. Wäre wahrscheinlich eine Art Abkürzung gewesen oder so. Hier ist Ende. Das heißt, ich muss irgendwo runter. Da ist noch eine Leiche. Oh, shit. Da bin ich tot. Oder auch nicht. Aber schnell weg hier. Hä, ich habe ihn nicht getroffen. Okay. So, lag hier unten jetzt nicht noch was? Ich will jetzt hier eigentlich auch ganz ungern was übersehen, weil hier hinzukommen ist ja ein bisschen Qual. ein bisschen Qual. Warum auch immer hier frasche Lehm. Wovon? Und hier ist ja noch einer. Mindestens! Ja, moin. Gucken, wo es hier hingeht. Das war ja anders knapp. Ach so, hier geht's. Ah. So wie zu meiner Farm Session, die jetzt irgendwie aus zwei oder drei Videos schon besteht und bestimmt schon wieder zweieinhalb Stunden lang ist. Hä? Was für eine Verarsche. Wir gehen runter, unten links auf jeden Fall weiter. Ich bin jetzt auch einmal rumgegangen, oder? Ich glaube schon. Ach, guck mal. Lauertrocken. Wir sind wieder frasche. Oh Gott. Kann ich mir nicht gut werden, Jungs. Das ist aber gemein. Ja, ist es. Oh mein Gott. Da ist auch noch ein Loot und noch ein Frosch. So, du bist weg. Das geht hier noch tiefer. Große Soldatenseele. Will ich die töten. Sollte nur aufpassen, dass ich diesen Statuseffekt nicht bekomme, aber Totenkopf klingt halt stark nach irgendwie instant tot oder so, wenn das voll ist. Auge des Todes. Ja, die droppen auch immer Auge des Todes und so ein Kram. Ist das der Legit Way? Ah, den habe ich gerade mal wieder nicht gesehen eben. Oder spawnen die Leitern jetzt erst immer, wenn ich da war. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Irgendwann muss man ja auch mal unten angekommen sein, oder? Oh, das habe ich jetzt verpasst. Äh, da tue ich aber nicht ein, dass ich das verpasse. So, der ist irgendwie hier, ne? Oh. Kamera. Da. Lol. Da vorne. Zu weit rechts. Schwierig, da präzise hinzuspringen. Aber wo waren denn jetzt die Leitern? Man will jetzt ja nicht immer hier den ganzen Weg nochmal laufen. Was ist da? Da ist so ein Funkeltitanit-Ding. Das ist halt quasi jetzt schon despawned. Hä? Da auch. Ja, da komme ich leider nicht hin. Das ist ja belastend. Ich sehe diese Leitern auch nicht. Ach, jetzt ist er da. Nein. Portet der sich hier rum, oder was? Hä? Hier war ich auch noch nicht. Aber den habe ich schon gelootet, oder was? Wo ist die Leiter? Da unten will ich noch hin. Oh, da ist's. Hier übersiehst du ja alles. Da ist wieder das Ding. Ah. 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 Weißer Brocken, ja. Gibt's echt in allen Farben. What the fuck? Dass hier so ein Funkeltitanit-Gedöns ist, der mir ein, zwei Dinger bringt. Das ist schon krass. Nicht dazwischen fallen. Och. Wir waren hier der gute Weg runter. Da gibt's auch noch einen auf dem Ast, oder was? Alter. Wie soll ich da denn hinkommen? Na, so nicht. So offensichtlich nicht. So, hier ging's doch auch runter, ne? Hier ist die Leiter. Achso, das sind meine Seelen. Alter, ich spiel hier halt echt Super Mario im Endlevel grad. Wie krieg ich den am einfachsten? Vor allem, ab wann ist der getriggert, wenn ich in der Nähe bin? Von der Höhe halt auch, oder? Als ob ich nicht gehittet hab. Ach komm, bitte, ey. Das ist doch schon wieder hier. Game. Error. Komme ich von hier dahin? Hä, der ist schon tot? Okay. Oh nein. Es gibt wieder Falldamage. Oh, ich bin hier festgehängt. Na, da sind mal wieder meine Seelen. Hier ist ein bisschen viel los hier unten, ne? Auf dem engen Raum mit den vielen Ästen und so. So, wir gehen einfach jetzt mal weiter runter. Scheiß auf die Leichen. Auch wenn's, glaub ich, genau darum geht, die zu bekommen. Aber das ist halt so ein krasses Plattforming. Plus, wie wenn ich da bin, wie komm ich denn zurück? Lebend. Oh Mann. Das ist wahrscheinlich diese eine Leiche, die super krassen Loot bei sich trägt. Ach, guck mal, wer hier wieder ist. Ach so. Diesmal rennt ihr nicht nach Mama. Macht immer auch dieselben Sterbegeräusche. Warte mal, zu dir komm ich nicht von hier. Da muss ich wieder runterfallen. Oh, das ist belastend. Grauer Brocken. Ja, wie gesagt, wir haben alle Farben gleich durch. So, der Arsch tut weh vom vielen Sitzen. Als ob die so schlau sind und den Weg zu mir finden. Das ist ja crazy. Und da fällt er erstmal auf die Fresse. Alles klar. Oh Mann, ey. Tut mir ein bisschen leid, die Kleinen. Ah, da ist Papa. Papa hält wieder ein bisschen mehr aus, wie ich sehe. Papa teilt auch ein bisschen mehr aus, wie ich sehe. So, ja, mal wieder ein bisschen schluckt nehmen. Ach, drei sind das sogar. Tausend Seelen pro? Ja gut, wir haben halt viel Leben. Aber ansonsten können die halt nix. Ich meine, es ist doof, wenn man sich von den Treffen lässt. Das ist so fast halbes Leben weg. Aber ich ziehe es sonst noch in Grenzen. Da geht es weiter. Habe ich hier was übersehen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mein Leben ist gerade so eine Sache. Oh shit, als ob es hier jetzt auch ein Bossfight gibt. Und ich habe nur noch eine Flast. Naja, gibt es nicht. Aschelsee. Wie bin ich hier nochmal hingekommen? Durch eben eine Wand, oder? Aber wo war die? Keine Ahnung. War es jetzt die Wand in Schandstadt? Ich bin schon wieder lost. Das ging schnell. Ich habe jetzt zwei neue Gebiete entdeckt. Und eigentlich wollte ich in die Katakombe. Okay. Soundtrack kicked. Ach so. So. Du schon wieder, oder immer noch, oder? Ich bin verwirrt. Ich kann mich anvisieren. Du kommst näher, kann das sein? Oh shit, ey. Oh shit, ey. Oder kommt der näher? Ich glaube schon. Oder bleibt der für immer in seinem... Da brauche ich ja auch mal... Ach du Scheiße, das trifft mich trotzdem. Da brauche ich ja auch mal eine harte Fernkampfwaffe für, oder? Wie mal sagen, die 8000 Seelen sind verloren. Oder 9000 ist ja eher. Weil ich hier mal gucken will. Ich kann gegen das Monster hier ja so erstmal nichts machen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Aha. Ein Drachenstein. Ist auch keine Bossleiste oder so. Also... Keine Ahnung. Sehr interessant. Oh, der taucht ab. Meister. Oh! Er taucht auf! Oh! 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 Hat die Loot die Muschel? Nee. Oh lol. Komme ich da überhaupt hin? Ja, wahrscheinlich, ne? Drachenstein. Alter. Warum laufe ich wieder so langsam? Oh Gott. Äh. Ach so. Ja. Lauf doch schnell. Also entweder ist das hier der Sand, oder ist das halt wirklich mein Gamepad, dass der hier nicht laufen kann. Okay, es ist mein Gamepad. Lol. Es ist Unreal mit dem Gamepad. Das ist extrem nervig. Oh shit. Oh, wenn der mich hittet, bin ich halt tot, ne? Das ist... Klar. Nein! Ich hab grad kein Gamepad, mit dem ich spielen kann. Der Nintendo-Controller, der ist so verkackt. Ja, sieht man? Sieht man's? Ich drück den Stick voll durch. Und der läuft so. Das ist so ein, zwei Stellungen, wo er da nicht rennen will. Ja, ich muss hier eine Aufnahmepause machen und, äh... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss irgendwie meine Gamepads gefixt bekommen. Und ich krieg hier halt grad die Krise gerade. Was soll's.